Are you ready? Mega fetter Gitarrensound. Richtig starke Saxophon-Solos. Und wirklich atemberaubende Stimmen. Mein Highlight ist einzigartig bei uns in der Region und begeistert Jahr für Jahr tausende Menschen. Ab Mitte Mai wird der Grumbacher Marktplatz jeden Samstag zum Open-Air-Festival. Zum vierten Mal steigt in diesem Jahr live am Marktplatz. Rock, Pop, Blues, Rock'n'Roll, Sound aus den 70ern und 80ern. Bis Mitte August sorgen jeden Samstag verschiedene Bands für Festival-Feeling. Und nicht nur für die Ohren gibt's was. Unterschiedliche Street-Food-Trucks stehen jedes Wochenende bereit und versorgen alle Besucher mit Essen aus der ganzen Welt. Egal ob Pizza, Burger oder Ofenkartoffel, hier ist für jeden was dabei. Wer jetzt denkt, der Eintritt ist bestimmt teuer, den kann ich beruhigen. Der Eintritt kostet nämlich keinen einzigen Cent. Live am Marktplatz 2019. Ich bin auf jeden Fall am Start und ich hoffe, Sie auch. 33 Highlights aus Memmingen und dem Unterallgäu. Zum Nachhören auf rt1-südschwaben.de Mega fetter Gitarren-Sound. Richtig starke Saxophon-Solos und wirklich atemberaubende Stimmen. Mein Highlight ist einzigartig bei uns in der Region und begeistert Jahr für Jahr tausende Menschen. Ab Mitte Mai wird der Grumbacher Marktplatz jeden Samstag zum Open-Air-Festival. Zum vierten Mal steigt in diesem Jahr live am Marktplatz. Rock, Pop, Blues, Rock'n'Roll, Sound aus den 70ern und 80ern. Bis Mitte August sorgen jeden Samstag verschiedene Bands für Festival-Feeling. Und nicht nur für die Ohren gibt's was. Unterschiedliche Street-Food-Trucks stehen jedes Wochenende bereit und versorgen alle Besucher mit Essen aus der ganzen Welt. Egal ob Pizza, Burger oder Ofenkartoffel, hier ist für jeden was dabei. Wer jetzt denkt, der Eintritt ist bestimmt teuer, den kann ich beruhigen. Der Eintritt kostet nämlich keinen einzigen Cent. Live am Marktplatz 2019. Ich bin auf jeden Fall am Start und ich hoffe, Sie auch.